hallo und herzlich willkommen hier ist wieder euer gamer choco im ls 22 mein single player und wir sind hier noch feste am ernten das hier fertig kriegen wenn wir das ja immer selber machen wir tun hier abfahren im feld 70 das war eine mission ob man mal das war das fertig kriegen und daher schauen wir mal wie es weitergeht müssen wir sehen dass wir das alles runter kriegen vom feld uns haben wir noch keins missionstechnisch sowas den ob das am ende zählt weil ich denke das geht nach hinten los da nicht wenn ich das dann abliefer abgeben das feld dann wird garantiert wird es nicht fertig sein das ist ja dann auch bescheiden daher schauen wir mal das ist ja auch immer so das ist ja auch immer so mal wie es wies ist Gott. Ich hoffe es mal. Ganz schön ärgerlich, wenn da hier nichts geht. Aber wie gesagt, das muss hier auf alle Fälle werden, ob wir das dann abfließen können. Wenn das nicht so geht, dann weiß ich auch nicht. Das ist dann schon ärgerlich, muss ich sagen. Wir haben hier aber auch ein bisschen, weil wir haben hier anscheinend die falsche Schneidwerksbreite drin. Dann nimmt da halt auch nicht alles mit. Also, da hat er über einen Meter Platz noch. Oh, das seht ihr auch passend von daher. Ander kommt hier gut runter, muss ich sagen. Aber ob der hier das Ganze komplett abzählt, bin echt gespannt. Alles funktioniert. Aber wie gesagt, wir tun das jetzt erstmal ins Hoflager. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Dann können wir immer noch was hinbringen zum Abliefern. Dann zählt. Jetzt hoffe ich auch nur, dass da bis zum... Prost kommt. Ja, jetzt habe ich mir gedacht. Ja, jetzt habe ich mir gedacht. Die nächste Welt. So, dann laden wir den ab, oder laden den ab, oder... So, dann laden wir den ab, oder laden wir den ab, oder laden wir den ab. Dann laden wir den ab, oder laden wir den ab, oder laden wir den ab. Das ist schon ein bisschen viel hier zu fahren, oder weite Strecke, aber nichts machen. Wenn wir das die ganze Zeit verkaufen, das bringt ja auch nichts. Ich bin klar, das bringt Geld, kein Thema. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich will ja die Mission abschließen. Ganz normal. Jetzt dann übernehmen. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Dann fahre ich selber hier ab. Nicht schlecht, das muss halt sein. Irgendwas müssen wir ja schon selber machen, sag ich. Aber wieder selber abfahren ist schon noch. Aber wie gesagt, das müssen wir auch sehen. Ich habe ja heute auch die Impfung gesetzt. Vielleicht setze ich jetzt noch die nächste Fälle da. Aber ich werde wohl wahrscheinlich erst mal auf die Zeitstoffverträge gehen. Das ist schon ein Haufen hier, muss ich sagen, dass man hier hinstellen kann und alles machen kann. Aber ja. Aber alles nicht so günstig sein, alles teuer. Aber ich sage mal, wenn es einmal läuft hier, dann passt das auch auf alle Fälle. Dann geht es dann auch besser voran. So, wir werden noch mal gucken, ob es hier ein anderes Bild gibt. Wir wollen hier schon mal vorbei fahren. Mal gespannt. Und dann werden wir jetzt hier das nächste Abliefern. und und ist zumindest erst mal hier und dann noch mal schauen ob er auflösen na ja wenn man sich und träge sind ja weg das ist auch nicht so wahrscheinlich ein bisschen vorspulen irgendwie richtig schön so fahren wir wieder zurück zum laden 84 prozent genau über zehn prozent wenn ich das dahin war und er verkauft mir dass das bringt ja auch nichts ist ja auch es ist genau das müssen wir halt mal testen ist konnten und preis wir halt hier geld verdienen das passt wir müssen halt das abbrechen dann dann wird das vielleicht abgezogen und das ist ja auch nicht im zweck der sache wir ja abgeschlossen werden immer gespannt aber ein nagelneuen spielstand möchte ich ja auch wieder nicht anfangen dann auch wieder blöd sag ich mal davon anzufangen weil wir hätten ja dann hier alles in stellen so wie es war die felder wieder kaufen die wir hatten alles alles so in stellen wie es war die ganze fahrzeuge wieder kaufen und so das will ich halt auch nicht mehr anfang wir machen jetzt erst mal die mission und dann gehen wir hier weiter wie gesagt das läuft jetzt hier und damit es jetzt hier hinkriegen dass wir das ab ernten können aber hier in den dienst zeigte mir auch nichts an das passt alles vorsteller Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020